Die Mobbing-Klage in der Praxis. Sie ist fast nicht mehr zu gewinnen. Betriebsrat heute. Neues für Betriebsräte mit Sandra Becker und ihren Gästen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Niklas Pastie, Rechtsanwalt aus Berlin. Herzlich willkommen, Niklas. Hallo, Sandra. Niklas, kann ich denn Entschädigung verlangen, wenn ich immer wieder grundlos vom Arbeitgeber gekündigt oder abgemahnt werde? Ja, also im Grundsatz ja. Man nennt das eine sogenannte billige Entschädigung in Geld wegen der Verletzung meines allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Das ist ja grundgesetzlich geschützt. Und wenn der Arbeitgeber jetzt wieder und wieder mich abmahnt oder kündigt und er hat überhaupt keinen Grund, dann kann ich natürlich dagegen vorgehen. Ich werde dann auch mittels Kündigungsschutzklage gewinnen. Aber so eine Art Mobbing-Tatbestand liegt dann schon vor. Und wenn das zu nachweisbaren Schäden auf meiner Seite führt, ist ein Schadensersatzanspruch denkbar und ansonsten ein Entschädigungsanspruch. Das steht nicht direkt so in irgendeinem Gesetz, aber es gibt eben den Artikel 2 Absatz 1 und den berühmten Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Jetzt gibt es ein, wie wir finden, fast skandalöses Urteil vom LRG Köln vom 10. Juli 2020. Also relativ junges Urteil. Möchtest du uns mal erzählen, worum es da geht? Eigentlich nicht. Also ich will da eigentlich gar nicht drüber reden. Da kriegt man doch schlechte Laune. Sander, das musst du mal nachlesen. Also der Ausspruch von 14 Abmahnungen, die allesamt unbegründet waren oder jedenfalls aus der Personalakte dann wieder entfernt werden mussten am Ende. Der Ausspruch einer Kündigung, verhaltensbedingte Kündigung, ebenfalls grundlos und der Versuch zweimal noch zu kündigen und deswegen hier so ein Vortrag vor dem Integrationsamt. All das sagt das LRG Köln. Die 14 Abmahnungen, die eine Kündigung, die zwei Kündigungspläne, all das soll nicht ausreichen, um diesen Entschädigungsanspruch zu begründen. Also wenn das nicht ausreicht, ich weiß ja, dass Mobbing ein schwieriger Begriff ist, nicht einfach zu definieren, gibt es eine reiche Rechtsprechung dazu. Das muss eine Schikanehandlung sein, die wirklich systematisch angelegt ist, über einen längeren Zeitraum. Da muss eine gewisse Erheblichkeitsschwelle überschritten werden. Aber wenn all das nicht ausreicht, dann weiß ich nicht, wie man eine Mobbingklage in der Praxis überhaupt noch gewinnen soll. Das gibt jetzt aber gerade wenig Hoffnung für Mobbing betroffen. Deshalb sag mir bitte, dass da in der Urteilsbegründung irgendetwas steht, woran wir es festmachen können. Nein, ich bleibe dabei. Bitte, 14 Abmahnungen in nur acht Jahren. Dazu sagt das LRG doch wirklich, ja, das war ein Konflikt. Das tut uns auch leid. Der Arbeitgeber beherrscht auch nicht die Kunst, so steht das da wörtlich drin, der modernen Personalführung. Das hätte man alles sicher besser machen können. Aber heul nicht, denn du hast doch geklagt. Du hast geklagt gegen die Abmahnungen. Einverstanden. Hättest du auch machen sollen. Gut, dass du das gemacht hast. Du hast geklagt gegen die Kündigung. Ja, jetzt bist du ja am Ende auch nicht gekündigt worden. Vor dem Integrationsamt hat der Arbeitgeber, weil du schwerbehindert bist, so gegen dich gestänkert. Damit ist er aber auch nicht durchgekommen. Was willst du eigentlich? Du hast doch überwiegend, so steht es im Urteil, ob siegt. Das heißt, du bist doch ein Siegertyp. Und Siegertypen, die heulen halt nicht. Siehst du, da liegt vielleicht die Krux. Also so dieses, dass der Mobbingbetroffene vielleicht gar nicht so betroffen erschien, sondern doch eine gewisse Schlagkraft hat. Aber das ist doch unglaublich. Sander, das ist doch, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dieses Argument. Klag doch, dann kriegst du recht. Und warum willst du jetzt eigentlich noch einen Schadensersatz bzw. Entschädigungsanspruch umsetzen? Naja, aber ich bitte dich, so viele Abmahnungen. Diese zwei Kündigungswünsche, die eine echte Kündigung, alles grundlos am Ende jedenfalls. Darüber wurde so ein bisschen noch gestritten. Und das alles soll immer noch nicht ausreichen. Und weißt du was, ich setze noch einen drauf. Der Kläger hier, der war ja beim Arzt. Aha. Ja, puh. Ja, der war in ärztlicher Behandlung, in psychologischer oder psychiatrischer Behandlung. Der hat also so eine Art Attest vorgelegt, so ein fachärztliches Gutachten und hat gesagt, schau mal, ich bin krank geworden durch die Kündigung, durch die Abmahnung, durch die Behandlung am Arbeitsplatz. Und das LAG sagt doch ein bisschen mitleidlos, wie ich finde, ja, aber du hast gar nicht konkret genug dargelegt, wann welcher Arzt welche Erkrankung bei dir diagnostiziert haben will. Allein der Umstand, dass du dich hier in ärztlicher Behandlung befindest, weil du vom Arbeitgeber so gequält worden bist, das bedeutet noch gar nichts. Das heißt, wir unterrichten hier bei der WAF seit Jahren, bitte legt keine Diagnosen offen, Krankheitsursachen gehen niemandem etwas an, ja. Das muss man als Kläger bei einer Entschädigungsklage natürlich anders handhaben. Aber dass es jetzt bedeutungslos sein soll, dass ich mich in ärztlicher Behandlung befinde und ein Arzt mir bestätigt, dass ich wegen der Konflikte am Arbeitsplatz hier solche gesundheitlichen Schäden davontrage, dass das bedeutungslos sein kann. Also das geht mir dann doch zu weit, ja. Also welche Darlegungslast will denn das LAG Köln hier dem Kläger noch auferlegen, ja. Ja, und da muss ich sagen, also bitte von Klagen, Entschädigungsklagen gegen Mobbing-Sachverhalte. Ich weiß nicht, ob man davon absehen soll, so weit will ich jetzt nicht gehen. Das ist ja hier auch keine höchstrichterliche Rechtsprechung immerhin. Revision ist allerdings nicht zugelassen, das heißt, es hat schon eine Bedeutung. Aber ich würde mir sehr genau überlegen, ob ich den Arbeitgeber hier auf Entschädigungszahlung verklage, dann vielleicht lieber einen anderen Arbeitsplatz suchen oder versuchen, diesen sozialen Konflikt irgendwie sonst aufzulösen. Da haben wir ja auch Seminare. Ja, was würdest du denn sagen, was hat mit all dem der Betriebsrat zu tun? Ja, den gab es hier vor allem nicht und das ist vielleicht auch Teil des Problems. Hätte es einen Betriebsrat gegeben oder eine Schwerbehindertenvertretung, der Kläger war ja schwerbehindert, dann hätte man dort Hilfe und Rat suchen können. Da hätte man sich dort beschweren können. Der Betriebsrat hätte der Kündigung auch ordentlich widersprechen können. Vielleicht hätte man auch irgendwas machen können gegen die eigentlich nicht mitbestimmungspflichtigen Abmahnungen. Ich glaube, es hätte geholfen, wenn der Kläger hier nicht nur von missgünstigen Kollegen umgeben gewesen wäre. Definitiv, so hört sich das für mich auch an, weil der Betriebsrat hat ja dann auch oft in der Praxis auf einmal die Rolle eines Mediators, der doch irgendwie auch vermitteln kann und Arbeitnehmern den Rücken stärken kann. Und das kann schon viel wert sein für jemanden, der sich als Mobbing-Betroffener sieht, fühlt und es vielleicht auch ist. Sandra, weißt du, was mich so richtig ärgert an diesem sehr länglichen Urteil? Also das muss man mit dem Rotwein in der Hand lesen und da muss man sich viel Zeit für nehmen. Was mich so richtig ärgert, die Richter, das sind ja Beamte, also deren Job ist nicht gefährdet. Und die sagen doch so nonchalant, naja, es ist eben so ein auch jahrelanger sozialer Konflikt am Arbeitsplatz. Sei normal. Also in welcher statistischen Normalität leben denn diese Richter? Das ist nicht normal, dass ich 14 Mal abgemahnt werde in 8 Jahren und da 2 oder 3 Mal rausfliegen soll. Das ist nun gerade nicht normal. Ob es für den Entschädigungsanspruch hier ausreicht, da muss man nach diesem Urteil, deswegen hast du das Ganze richtig eingeleitet hier, meine ich schon ein Fragezeichen dahinter setzen. Also vielleicht doch eher Hände weg von dieser Schadensersatz- und Entschädigungsklage. Und wenn man das doch mal versucht als Anwalt für seine Mandanten, dann sollte man, glaube ich, dem Mandanten reinen Wein einschenken. Und auch der Betriebsrat sollte vielleicht nicht immer gleich drohen mit so einer Entschädigungsklage. Denn die Erfolgsaussichten sind in der Praxis doch wirklich gering. Ja, Niklas. Eine Entscheidung, die nicht so schön ist. Wir hoffen, sie bleibt eine Einzelfallentscheidung. Und vielleicht wird die ja auch mal erörtert auf einem unserer Mobbing-Seminare von der WAF oder in den arbeitsrechtlichen Seminaren. Also ich denke jetzt so an Arbeitsrecht Teil 1 und Teil 2. Da spielt jeweils Mobbing am Rande auch eine Rolle. Ja, das ist für Betriebsräte auf alle Fälle wichtig, denn damit Betriebsräte wissen, wie sie mit dem Thema umgehen, dafür haben Betriebsräte einen Schulungsanspruch. Niklas, vielen Dank. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.